Willkommen, willkommen, willkommen zurück Leute, bei Final Fantasy 2. Jetzt wird euer Juggerbobber 19 und ich führe euch auch diesmal wieder durch den nächsten Part voller Fails, Anstrengungen, Strapazen und Geschick. Ja, das nicht zu vergessen. So, welche Tür nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal die zweite. Fails. Okay, auch normaler Mann. Ein Monster gibt es ja auf alle Fälle noch, das weiß ich. Ähm, ja und da haben wir es. Grünschleim, greifen wir ihn mal normal an. Ja, toll. Toll. Aber trotzdem ist er down. Ihr seht, der Grünschleim ist kein einfacher Gegner. Genauso wie in Final Fantasy 1 müssen wir ihn hier mit, um ihn effektiv zu besiegen, mit Magie angreifen. So. Ja, nehmt du mal Feuer. Du nimmst mal Stummerfalle. Blink auf dich. Sieht auch stylish aus. Blub, blub. So. Bandstufe 1. War fein. Er war egal. Feuer. Ohohoho, ja anfällig ging Feuer. Eindeutig. Stumm. Auch nichts. Gut. So, dann vernichten wir ihn mit einem Blitz. Habe ich jetzt Blitz genommen? Ja. So. Einmal Schutz, falls ihr früher dran kommen solltet. Kommst du mir so früher dran? Mach mal in den Wort. Okay, doch. Keiner kommt früher dran. Das gibt's doch nicht. So. Weg damit. Nice. Blitzstufe gestiegen. Ja. Stumm gestiegen. Blink gestiegen. Geil. So, ich weiß ja welche Tür die richtige ist. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem alle Räume. Aha, da kommt nach jedem Schritt ein Monster schon. Auch von Firefighter 1 übernommen. Das sind quasi so feine Räume. Außer mich nicht weiter stören. So. Und die ist natürlich die richtige. Oh ja. Gut. Dann gehen wir mal hinunter. Kiste. 200 G. Nice. Sasquatch. Schon wieder. Bigfoot ähnlichen Monster bringen auch nichts mehr. Können sie noch so stark sein. So. Und ich wette mit euch Leute im nächsten Kampf. Hier kommt 4 Räume in der HB. Upgrade. Ja. War klar. Jetzt wissen wir mal eine Reihenfolge, eine bestimmte. So. Was haben wir denn hier schon? Das ist drin. Oh. Okay. Nein. Der Raum wieder. Ein leeren Raum voller Monster. So. Und was haben... Oh nein. Da gehe ich noch nicht drüber. Weil ich will vorher über die Brücke. Denn da wartet wieder eine Kiste von uns, wie ihr schon gesehen habt. HP von Minio. So. Kiste. 250. Was haben wir hier? Sasquatch macht keine Quatsch. Okay. Wir haben dich doch gern. So befressen gern. Gut als nichts. Welche Tür bist denn du? Holzt ja. Nehmen wir mal die. Falsch. Wie sagt man schon? Schön links vor rechts. Aber die goldene Mitte geht vor. Also theoretisch ist es die goldene Mitte. Aber das werden wir gleich sehen. Okay. Theorie war noch nie mein Fachgebiet. Ja. Links wäre richtig gewesen. Gut. So. Dann gehen wir auch links hinein. Reden wir mal mit dem. Bitte befreit uns. Bitte befreit uns. Bitte befreit uns. Und bitte befreit uns. Vier hören. Und die anderen sind auch heute da. Ich bin's Paul. Der größte Diebe aller Zeiten. Hm. Ja. Dann haben wir schon okay gelassen. Was für ein Glück, dass ihr hier seid. Das ist Josefs Tochter. Nelly. Borgen. Äh. Nelly. Und Borgen, dieser Dreckskerl, hat sie entführt. Und als Geisel festgehalten, um Josef zu erpressen. Ihr sollt Prinzessin Hilda das Mitre bringen, ja? Dann seid ihr bei mei goldrichtig. Ich hab so meine Beziehungen und wusste, dass ich das Mitre hier finde. Und wollte euch zuvor kommen. Hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben. Nur bis er das selbst in eine Falle getappt und saß hier fest. Wie auch immer, ich werde mit den Gefangenen hier das Weite suchen. Wir sehen uns. Gut. Warum sie sich einfach die Tür aufgemacht haben und gefloht sind. Das frage ich mich bis heute. Naja. Das sind sie so dumm. Oder sie wollten einfach gerettet werden. Wie ein Film. Wir warten auf den glücklichen Rettung. Können ihn noch belohnen. Mit allerlei Items und lalali lalalu. So, da haben wir wieder eine Kiste mit... Freuer, Grimor. 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 So. So. HB von Maria und den nächsten Kampf da mit HB von Führer gestiegen. Das ist eine Tür. Haha. Eine Fake-Tür wieder. Voll. So. HB von Führer. Danke, 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 danke. Ah, danke. So. Weck da. Geben wir mal... Huuu. Jetzt übertreibt ihr aber schon etwas, lieber Gegner. Okay. Man kann es auch wirklich übertreiben. Ach, jetzt reicht's. Reicht sauber. Gut. Toll, wie das bringt, wenn die vorher alles killen. Egal, egal, egal. Ich bin ganz ruhig. Aha, da geht's hinunter. Will ich noch nicht. Wir schauen mir vorher noch auf dieser Ebene um. So. Sorry, Leute, für die vielen Kämpfe. Aber die Karten kann ich leider auch nicht. Erstens ist es zu viel Arbeit. Ja, deshalb spule ich das ja während der Aufnahme nach vor. Und sitze ich übermorgen auch noch dran an dem Part. Bei Barkämpfe lasse ich es mir einreden, aber nicht bei so zigtausend wie hier. Gut, da gibt's ja... Der Umweg hat sich ja echt ausgezahlt. Nice. Bin begeistert. Schon langsam bekommt Guide 1200, hab ich. So. Oh ja, oh ja. Oh, Schleim. Den greifen wir aber einzeln an. Dann krieg ich mehr Erfahrungspunkte. So. Dann mal Engel. Engel. Feuer und Eis. So. Machen wir natürlich auch Blitzfeuer. Nice. So. Und du machst da mal Anti-Z. So. Wie mehr darf von euch jetzt als erstes angreifen. Ich mach... Wir machen jetzt mal... Einmal Schutz. Brot-Test. Und Wall. Und Jess, Schleimi. So. Hab ich hier Magie und was gestiegen? Ausweichend gestiegen? MP von Guy gestiegen. Super. Alles bei Guy. Klar. Der mein Angreifer werden soll. Und nicht mein Mage. Verdammig. So. Feuer. Du bist zu die MP. Trainieren. So. Jeder Kopf ist einmal dran. Schön. Und mach nochmal den Blitzzauber. So. Bis den Medica trainieren. Obwohl es eh nichts bringt. Und ciao. So. Und ich hoffe, jetzt bekomme ich HP von Maria gestiegen. Nahe hin. Okay. Oh ja. Oh ja. Ohne Tür. Ich wette mit euch eine Fake-Tür. HP von 4 gestiegen. Danke. Ich werde mit euch eine Fake-Tür. Jawohl. Zwei dumme Vögel und ein Sack Quasch. Gut. Was haben wir hier schönes sicher auch... Oho. Oho. Ach kämpfen wir. Rieseln. Lippen. Wir konnten sie nur hierher gelangen. Und es wird damals umsah. Ihr werdet es denn, diesen dreckigen cough-Verrecken. Hoo. Sergeant. Ian Boss feverit. Hm. Was machen wir? Ich habe Angst. Wir müssen mich schützen. Verdimming macht der Typ. Schauen wir mal. ich weiß ich ob du irgendwas gibt es aber wo aus 6 und 5 die Schleimhäuser hier bekommst du es mit Angst zu tun ich hatte noch hinaus teleportieren Schauer anzielt Intermediate ist gut die die mit mit die 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 ich verstumme dich der Teufel ist hier doch hat sogar funktioniert und hast Angst vor mir leider nicht Antti MP Verlust die die Schnauze kurz dann greifen wir an sollte eigentlich locker machbar sein auch gerne mit Klickter kommt der Match würde ich greife auf Zauber zurück die mit zum Glück du magst Blitzen altem Ortstilz habe ich gesagt Feuer 1 Medikor was er ist und auch nur zum Leben her und auch Rutsch als Zauber so ich glaube Zauber vertritt sie nicht so gut Blitz Kumpel noch mal Blitz ich hätte sie nicht zu für den Pfiff verschwenden kann es sein das normal Obo Rutsch was soll denn die Karte Feuerstufe 3 die 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 so wenn man Glück hat bekommt man kein Gegenstand von ihm Angststufe gestiegen, Brotestufe gestiegen Stabstufe gestiegen, HP gestiegen und Zier Normalerweise würde man die Mitrellax von ihm bekommen doch hier haben wir unser eigenes Mitrella und können uns daraus feine wie auch gemeine Waffen Obo um was sein beziehungsweise Ballon heißen die hier so kann man hier raus? nein gut dann gehen wir noch wenn ich glaube das war schon alles denkst du da kommt noch was ich werde mal sicher zu haben abspeichern so denn der Gegner war ja zu einfach und eine lange Brücke das werden wir auch so schaffen HB von Guy Stärke von Guy so links oder rechts gehen wir mal nach links dann werden wir wieder die Soldatenloops Stärke von Guy Antidote da hat genau der richtige Raum neue Gegnerchen lass mich raten, du bist anfällig gegen Feuer oder auch gegen Schläger ja der heilige Stadt das Menü macht sie auch fertig und natürlich auch Feuerzeugen wissen wir doch kennen wir schon einfach ins Prinzip in Final Fantasy und ciao nice dass ich noch diese Monster hier getroffen habe so da haben wir ein Beam Grimo erhalten und ein unerwarteter Angriff ja eine Landschildkröte wir werden uns mal ein bisschen däffen denn die hat's glaube ich drauf falls ich mich erinnere so noch eine Wall zusätzlich wollte es eigentlich ähm Schutz und Brotus in einen sollte es sein okay so jetzt greifen wir mal alle normal an denn das Tier hier hat eine hohe Abwehr eine verdammt hohe Abwehr mhm eine lästige hohe Abwehr ja und deshalb gehen wir rüber auf Zauber wieder mal so dass du keinen Angriffszauber hast Wechsel Opfer und Angreifer tauschen HB probieren wir es mal nein das ist scheiße nein da nicht hier ah nein was ist Nebel noch einmal ähm das Opfer wird vergesslich ja machen wir das Nebel dich weg und funktioniert sogar steil okay 39 ja das war schon Sperr gestiegen 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 Nebelstufe gestiegen cool so den Beam hätten wir uns wirklich nicht kaufen brauchen äh misstest du sonst lasse ich den natürlich jetzt und da drinnen im Inventar wie viel Platz habe ich denn überhaupt ach eh genug eh genug gut dann beamen wir uns mal hinaus denn hier sind wir fertig so kann ich jetzt runter nein kann ich nicht gut dann würde ich mal vorschlagen wir gehen mit dem Mithril zu Josef zurück vielleicht kann man den Weg ein bisschen beschleunigen HP von Maria gestiegen lass mich raten HP von Fearing gestiegen im nächsten Kampf das ist so einfach zu durchschauen ja danke so gut der gute Josef wie viel Kill haben wir eigentlich oh 6503 nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht gehen wir mal zum Josef Josef hier bin ich danke für die Rettung meiner Tochter wenn es sie nicht gegeben hätte hätte ich diesen Borgel schon gleichs den Hals umgedreht ich stehe tief in eurer Schuld sagt mir wie ich meine Schulden begleichen kann äh Mithril äh einstehender Luftschiff äh niemand kennt sich besser als der Sitz Zerstörer der Dunkelretter ist mittlerweile Oberbefehlshaber geworden unter seinem Befehl steht da zerstöre ich kurz für seine Fertigstellung will große ok sagt ihr nichts gut aber zu Josef kommen wir später noch danke dass ihr mich gerettet habt bitte mein liebes Kind immer wieder gern so gehen wir mal was ist ah das sind ja das sind die Gefangenen jetzt und wir gehen mal pennen und mit 619 Gill aber jetzt das ist ein Witz ne ja falls ich das noch nicht während des Parts erwähnt habe die Gillmengen im Gasthaus richtet sich nach einer halteren Schaden ab beziehungsweise HP und MP Verlust also das ist dann schon manchmal verarsche pur gut HP vom Menü gut wir beschleunigen wir ein wenig ich glaube ich bin gerade falsch abgebogen kann das sein ich glaube das kann nicht sein das ist so das war ja ich gehöre ich gehöre ja ganz woanders hin ein bisschen beschleunigen das ganze HP vom Gang ja jeden verdammten Schritt wieder ein Monsterchen gut jetzt gehen wir zu Fuß hin und oder auch nicht irgendwie stecke ich gerade fest kann das sein ah nein doch nicht ich sollte lieber mal abspeichern bevor ich dann doch noch in ein falsches Feld reingehe wo mein blaues Wunder lebe oh 4 werden wie Glückwunsch du bist auch im 1000er Bereich so die Stadt kennen wir so 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 jawoll hier sind wir auch schon Altea meine liebe Heimatstadt endlich hast du mich wieder so schnell zur Königin D wartet schon auf unseren Bericht hier bin ich my lady auch der Imperator musste in der Schlacht um Finn große Verluste hinnehmen deswegen ist er nun erpicht ja ja das haben wir eh schon gelegen und wir zeigen dir das schöne Mithril schönes Kind das Mithril nun können wir endlich unsere Soldaten mit Waffen und Rüstungen ausstatten und der kaiserliche Armee die Stirn bieten bringt das Mithril zu Turbul er wird sich freuen gut wer ist Turbul fragt ihr euch Turbul ist der Waffenschmied der hiesige ortsässige Waffenschmied deshalb Hallo Waffenschmied der Gute hier lass deinen armen alten Mann seinen Frieden Mithril Hossa wenn das nicht das sein umobene Mithril ist wie lange habe ich drauf gewartet dieses edle Metall schlagen und formen zu dürfen überrasstet Rest mir im Nu werde ich euch die besten Waffen und Rüstungen schmieden oh ja oh ja BAM 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 die geschmiederte Schwerterdrüste ich könnte hier im Laden kaufen genau und zwar bei kann ich noch einmal mit dir reden ja er muss ja schmieden und zwar bei Typ Nummer 2 können wir da habt ihr noch die alten Sachen gesehen und da bei Typ Nummer 2 können wir die Sachen kaufen bisschen teurer aber nicht sein wir haben ja Geld Mithril Messer Mithril Keule nennen wir gleich Mithril Speer Mithril Schwert haben wir zweimal Schauen wir mal was wir hier schönes ausrüsten einmal Mithril Schwert oh ja und dann noch Mithril Speer oh yeah dann die Mithril Keule die Kampfaxt gleich oh ich Mithril Schwert ist stärker egal die Kampfaß die lasse ich jetzt Mithril Schwert so und jetzt gehen wir noch rüber zu die schönen Rüstungen und schauen uns dort ein bisschen um so natürlich habt ihr auch wieder Typ 1, Typ 2 Mithril Schild kaufen wir einmal Schilder nehme ich nicht Mithril Helm dreimal bitte Mithril Rüstung was Silberharmisch ist genauso stark wie Mithril Rüstung Jan und ist Leute hier einfach kauft das Feuer verkauftes Beam Grimoire Mache sowieso nicht verkauft sich gleich das Feuer auch so und einmal Handschuhe die Mithril ist genauso stark so einmal Mithril, oh ja da wird der superharmisch die verkaufen quasi dasselbe und dann einen anderen Namen, ach wie in der Realität alles Mithril Mithril Boy und Mithril Boy perfekt ausgerüstet sind wir bereit neue Schandtaten zu begehen aber diese werden wir erst im nächsten Part machen, jetzt zeige ich euch noch kurz die schönen Monsterchen was wir hier entdeckt haben da die Landkröte hätte ein Mithril Schild aber dadurch dass ich mir das jetzt gekauft habe hat sich das wieder erledigt Zombie hat nichts, absorbiert Kampf und Fähigkeit ja Grünschleimchen hat er leider auch nichts absorbiert Gifte Ballon und Sargent ihr seht Mittelhelm Mittelachs Mittelrister und Mithril Bogen den Bogen haben wir leider noch nicht ich hoffe doch dass wir den auch bekommen werden mit der Zeit beziehungsweise gegen den Sargent werden wir sicher noch kämpfen später so was den Magier betrifft werde ich Oskyn versuchen den Magierstab zu erbeuten beziehungsweise eines von den Grimonds weil Berserk Toxikum und Star haben wir sowieso noch nicht ja Freunde das war's hier mit diesem Part wir sehen uns dann wieder im nächsten Ciao Leute euer Schokobohen Einzehn